Schwangerschaft Dranayam Legen Sie Ihre Hände etwas unter Ihren Bauch und atmen Sie tief. Legen Sie Ihre Hände auf den Bauch und atmen Sie tief. Nehmen Sie die Hände auseinander und halten Sie Ihren Bauch oben und unten. Atmen Sie weiterhin tief. Schwangerschaft Dranayam Legen Sie Ihre Hände etwas unter Ihren Bauch und atmen Sie tief. Legen Sie Ihre Hände auf den Bauch und atmen Sie tief. Nehmen Sie die Hände auseinander und halten Sie Ihren Bauch oben und unten. Atmen Sie weiterhin tief. Schöne Kau 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 Ja, ja, ja.